Es gibt viele ayurvedische Kräuter, die du nutzen kannst, um deine Verdauung zu stärken. Ich möchte dir in diesem Video gern drei vorstellen, die alle wunderbar auf deinen Darm wirken können. Du kannst sie entweder einzeln einsetzen oder natürlich in Kombination. Das erste ist Fenchel. Kreuzkümmel und Koriandersamen. Diese drei Kräuter wirken alle ausgleichend auf das Vata-Dosha. Das heißt, sie helfen dabei, das Luftige zu erden und auszubalancieren und Vata ist ja in engen Kontakt mit deinen Darm. Wie kannst du diese drei Samen am besten einsetzen? Du kannst ganz einfach da einen Tee draus machen. Das heißt, du kannst jeweils einen Teelöffel nehmen, das in einen Teesieb oder in einen offenen Teebeutel geben und das mit heißem Wasser übergießen, einige Minuten ziehen lassen und dann über den Tag verteilt diesen Tee genießen. Alternativ kannst du das Ganze natürlich auch im Mörser oder in einem kleinen Mixer pulverisieren und in dein Essen geben. Der Geschmack ist vielleicht etwas neu und ungewohnt für dich. Probier es einfach aus und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und einen ganz gesunden Darm damit.